Musik Ein vergessener Topf mit Fett auf dem eingeschalteten Küchenherd hat am Samstagmittag in einem Wohnhaus an der Augustfehner Straße in Ihausen im Kreis Ammerland vermutlich beträchtlichen Schaden angerichtet. Dichter Qualm drang aus den Fenstern und Türen des Erdgeschosses, als die Feuerwehren aus Hollriede und Westerstede am Einsatzort eintrafen. Laut Polizeiangaben ist das Haus durch die starke Rauchentwicklung derzeit unbewohnbar. Die durch den Brand geschädigte Familie blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Während der Löscharbeiten blieb die Augustfehner Straße gesperrt.